Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerd-Herz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag, liebe Nerds, hier ist wieder euer Markus, ohne den Christian, aber zur freudigen Abwechslung mal wieder mit dem Patrick, meinem Arbeitskollegen. Hallo Patrick. Hi Markus, schön wieder hier zu sein. Heute sprechen wir über ein Thema, mit dem ich persönlich gar nicht so viel am Hut habe, aber deswegen ist der Patrick nämlich hier. Ich finde, es ist ein spannendes Thema. Aber wir werden heute über Achievements reden oder über die sogenannten Achievement-Jäger sozusagen auch und da habe ich mir niemanden Geringeren eingeladen als Patrick, den Mr. 100%. Ich sammle auch den letzten sinnlosen Scheiß. Einfach nur, damit da eine 100% irgendwo in einem Profil steht, was sich niemand anguckt. Meinst du, dass der Schwanz länger wird? Ich weiß nicht, ob das deine Intention dahinter ist. Wenn ja, war es leider umsonst, glaube ich, aber versuche es gerne weiter. Es gibt ja noch viele Spiele, die man auf 100% bringen kann. Vielleicht kommst du auf 100% Länge. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht brauchst du auch erst 100 Achievements mit 100%, um auf mehr als 100 Millimeter zu kommen. Nein. Also, von Schwänzen zu anderen Erfolgen und tollen Erlebnissen. Es geht heute um Achievements und also Erfolge, die man in Spielen erringen kann. Und das Ding ist, mittlerweile gibt es ja viele, also bei der Playstation ist es das klassische, die Platin-Trophäe. Das heißt, man hat alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Oder zumindest von dem der Entwickler des Spiels dachte, es ist ein toller Eckpunkt, den man mal mitnehmen sollte. Oder ein nerviges Ding, was man mitnehmen muss, wenn man 100% möchte. Und ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich sage direkt von vornherein, ich habe mir den Patrick geholt, weil ich über das Thema sprechen möchte, aber selbst nicht so viel dazu sagen kann. Ich weiß, das sage ich oft und dann rede ich wieder eine Stunde im Monolog. Sorry, jetzt schon mal. Aber heute könnte es tatsächlich der eine Moment sein. Christian, du bist heute nicht da, aber vielleicht ist das der Tag, den du dir rot im Kalender anstreichen kannst. Der Gast oder der nicht Markus Anwesende hat mehr Redeanteil. Vielleicht ist heute der Moment. Aber ich sehe schon, mit fast drei Minuten Intro arbeite ich schon wieder stark dagegen. Wir werden sehen, aber ja. Wir werden hören vor allen Dingen. Oder sehen, wenn den Hörern das Blut aus den Ohren herauskommt wieder, weil ich zu viel geredet habe. Nein, also Achievements sind eine tolle Sache, aber ich bin jemand, der nicht unbedingt immer diese 100% möchte. Patrick dagegen, das merke ich vor allen Dingen, wenn ich mit ihm zusammen irgendwie so Soulsborne spiele oder so im Koop-Spiel ist. Ach nee, da müssen wir auch noch hin. Hier, ich brauche da noch diese eine Schriftrolle. Ich muss hier nochmal dreimal mit dem NPC sprechen, damit ich dann in das Gebiet gehen kann. Weil dann wird das Event getriggert. Das brauche ich noch für eine Trophäe. Und dann muss ich noch. Ja, können wir nicht einfach zum Boss oder so irgendwie. Nee, da müssen wir vor fünf Umwege gehen. Und ich werde dann auch so genötigt im Koop-Spielen. Ja, hier, geh nochmal da lang. Dann kriegst du die und die Trophäe. Wie lange dauert es? Dauert es irgendwie länger als zwei Minuten? Ich brauche es halt irgendwie nicht. Und das ist halt mehr so meine Herangehensweise. Wenn ich Trophäen kriege, freue ich mich. Und es gab ja früher eine Zeit, wo es diese ganzen Achievements nicht gab. Das ist ja so eine Entwicklung irgendwann mal gewesen. Genau, also es kam ja halt mehr so jetzt mit der vorletzten Generation. Also es hat im Endeffekt mit der Xbox 360 angefangen. Auf dem PC kam es so ein bisschen mit Steam, weil Steam ja dann dieses Erfolgssystem auch hatte. In WoW wurden die auch irgendwann mal eingeführt. Gab es auch nicht von Anfang an. Aber dass der Unterschied, den Microsoft dazu gemacht hat bei der 360, das ist halt mehr so ein, sind wir wieder bei Schwänzen leider, dass es ein digitaler Schwanzvergleich ist. Also wer hat das seltenste Achievement von Spiel XY geholt zum Beispiel? Also man kann halt, das ist halt mehr wie so ein Scoreboard. Du kannst halt sehen, wer was geschafft hat in diesem Spiel. Ah, du wirst direkt gerankt mit anderen, die auch diese Erfolge haben. Also nicht unbedingt gerankt, aber du kannst halt vergleichen, wer dasselbe geschafft hat wie du. Ja, aber das kannst du so ähnlich doch auch. Du kannst doch auch dir Playstation-Profile angucken und Trophäen vergleichen, das geht doch auch. Ja, ja, genau. Und du hast ja auch dafür jetzt ein eigenes Level. Ach so, Achievement-Level sozusagen. Genau, so ein Achievement-Level. Also je mehr du hast, desto höher ist dein Level. Okay. Und jetzt habe ich gerade mal mein Playstation-Profil aufgerufen und ich bin bei Level 402 von 999. Gut, jetzt muss ich im Vergleich, um das wirklich deutlich zu machen, muss ich mein Playstation-Profil natürlich auch aufrufen. Das dauert jetzt natürlich kurz vorher unvorbereitet hier, professionell wie immer. Ja, aber das hat Sony tatsächlich seit kurzem auch so verändert, weil es ging vorher nur bis Level 100 und dann haben die es jetzt auf 999 hochgestellt und dann wurden auch alle anderen... Ja, warum sollte man es auch einfach auf eine runde Zahl wie 1000 erhöhen? Wäre ja totaler Schwachsinn. Oder wahrscheinlich ist es sogar endlos, aber ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall geht es halt sehr viel weiter. Das wirst du wahrscheinlich in vier Wochen erfahren, wenn du bei 999 angekommen bist. Höchstwahrscheinlich. So, ich weiß jetzt natürlich wieder nicht hier mein Playstation-Passwort, das ist zum Kotzen. Das sind so Sachen, ich bin... Warte, ich glaube, ich kann sogar jetzt über mein Profil aufgreifen. Ja, das müsstest du, wir sind ja befreundet, das müsstest du eigentlich sehen können. Oder ich habe irgendwann mal aus Hass, weil du mich damit genervt hast, auch die Trophäen ausgeblendet. Das kann sein. Das kann sein, ja. Wenn du es nicht sehen kannst, bist du schuld, weil dann habe ich es wegen dir ausgeschaltet, weil... Nein, ich sehe es tatsächlich hier. Okay. 122. Das ist mehr, als ich dachte, muss ich sagen. Was hast du eigentlich gedacht? Ja, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt keine bestimmte Zahl im Kopf, aber ich dachte schon, dass es auf jeden Fall noch zweistellig ist. Ja, siehste. Also, weil ich bin ja auch tatsächlich, muss ich ja auch sagen, noch gar nicht so lange wieder aktiv auf der Playstation. Das ist jetzt seit der Playstation 5 und davor die Playstation 4 eigentlich auch nur, als wir die Soulsborne-Spiele gespielt haben. Davor ja ganz lange gar nicht. Also, God of War, als das mit der PS4 rauskam, hatte ich mir die Limited Edition von der Konsole geholt. Und da viel, aber ansonsten davor echt wenig. Also, von daher finde ich es halt relativ viel tatsächlich. Ja, ja. Kommt wahrscheinlich, was hast du gesagt, 122? Ja, ja, 122. Ich glaube, 100 davon sind die Sachen, die du mir in den Soulsborne-Spielen mit aufgezwungen hast. Ja, vor allem liebevoll aufgezwungen. Ja, liebevoll. So, hatte jetzt nichts mit der Folge zu tun, aber schöne Grüße gehen raus an unsere Soulsborne-Folgen, die wir aufgezeichnet haben. Ja, ich weiß nicht. Ich überlege immer so, also meine Herangehensweise ist so, ich freue mich total, wenn ich so random irgendwas tue im Spiel und ein Achievement kriege. Das freut mich immer und ich finde es auch, also ich kann mich darüber amüsieren und finde es eine unterhaltsame Art, wie manche Achievements dann benannt sind. Da machen sich die Entwickler ja auch so ein bisschen das Spiel raus, die so ein bisschen humoristisch zu benennen, Wortspiele einzubauen. Oder Referenzen, Anekdoten. Genau, und das ist so, das finde ich sehr schön. Ich finde es auch sehr toll, wenn man durch ein Achievement, was man irgendwie durch eine besondere Aktion im Spiel bekommen hat, keine Ahnung, zum Beispiel ich bin, hab einen Boss auf eine bestimmte Art und Weise besiegt oder hab irgendwas in einem bestimmten Timelimit geschafft, aber halt nicht, weil ich vorher das wusste und ein Ziel hatte, sondern weil es passiert ist. Das ist meine favorisierte Art, so ein Achievement zu bekommen und ich würde mich definitiv nicht als so ein Jäger bezeichnen, das interessiert mich wirklich nicht. Ich freue mich halt mehr, wenn sie passieren. Nicht, weil ich weiß, nicht, weil ich sie geschafft habe, weil es mein Ziel war, sondern weil sie passieren, weil ich irgendwas gemacht habe. Und dann ist es für mich auch ein Achievement, eine Errungenschaft, weil ich habe etwas errungen, bei dem anderen habe ich abgearbeitet. Das ist so mein Gefühl dabei. Es gibt halt auch, also es gibt halt Achievements, die ja auch wahnsinnig viel Spaß machen einfach zu machen, weil du da vielleicht irgendwie was machen musst, das mehr eine Referenz an anderen Spiel ist, wo du auch mal schmunzeln musst. Da würde mir zum Beispiel jetzt gerade Dying Light einfallen. Da gibt es ein Achievement, das heißt italienischer Klempner. Lass mich raten, du musst irgendwo reinspringen. Du musst auf einen Zombie, also auf einen Zombie springen, meine ich war das. Warte, jetzt kann ich das doch gerade mal gucken, wo ich das offen habe. Ich meine, du müsstest auf einen Zombie drauf springen und einen anderen mit einer Rotzange den Kopf weghauen. Ja, okay. Das ist halt wieder so kreativ und halt auch so. Und das finde ich halt witzig, stell dir vor, du machst das, ohne natürlich jetzt, also wahrscheinlich so aus dem Eifer des Gefechts raus irgendwie auf einen Zombie zu springen, irgendwie irgendwo runter zu fallen, zu springen, irgendwie gleichzeitig noch einen anderen zu hauen und so weiter. Und dann poppt das Achievement auf und den Moment, den du brauchst zu realisieren, warum das Achievement heißt, wie es heißt, vielleicht auch gar nicht checkst und irgendwann später denkst, und du kannst ja bei den Achievements in der Regel nachlesen, was dazu geführt hat. Genau, also meistens, es gibt halt auch manche, die kryptisch sind. Aber manchmal hast du halt so dieses Ding, zum Beispiel springe auf einen Zombie und hau mit einer Rotzange in den anderen Zombie oder irgendwie sowas. Und wenn du das dann liest, denkst du dir, ah lol, wie lustig ist das denn? Und das finde ich super nice und wenn die Sachen nicht gezielt abgearbeitet werden, sondern so passieren, könnte ich mir den Arsch ablachen, weil es einfach sau witzig ist in dem Moment. Ja, das ist dann halt auch so einen gewissen Unterhaltungsfall. Genau, wenn ich das dann halt abarbeite, dann weiß ich, okay, was muss ich machen? Okay, ich muss drauf springen und hauen, haha, ja okay, Mario, Anspielung, witzig, okay, mach ich jetzt. Genau. Das ist für mich halt weniger interessant. Ja, aber dann gibt es halt auch die Achievements, die halt nicht so geil sind, wo das halt mehr schon so ein Grind, mehr so eine erzwungene Arbeit ist. Ja, typisch Stark Souls, sammel alle Wunder, sammel alle Zauber, werte alle Waffen auf Maximum auf, sowas. Ja, aber ich sagte, mir persönlich hat das noch Spaß gemacht, weil einfach das Setting noch komplett gestimmt hat. Ja, aber ich sag mal, wenn du, also ich mag ja schon Sachen nicht, wenn es rein um Achievements sammeln geht, dass du das Spiel mehrfach spielen musst und da sind die Soulsborne-Spiele ja auch so ein Kandidat, dass du in der Regel, wenn du nicht mit so einem 100% Guide spielst für die Trophäe, dass du es in einem Playthrough gar nicht schaffen kannst. Allein so NPC-Questlines, alle Zauber, alle Wunder und Pipapo, alles aufwerten, macht man in der Regel nicht. Wenn ich einen stärkeren Charakter spiele, gebe ich mir gar nicht erst die Mühe, Wunder zu sammeln, da lasse ich die liegen. Also weißt du, da gebe ich teilweise die Bücher nicht bei den NPCs ab, weil warum? So, du hast ja, ne, und das ist so, mag ich persönlich nicht so gerne. Ich verstehe aber, dass es für dich ein Anreiz ist, das möglichst in einem Playthrough zum Beispiel zu schaffen. Das ist ja auch ein gewisser Reiz. Ja, richtig. Ne, und da hatte ich halt, ähm, wo wir gerade bei Dark Souls sind, das ist ja, also die Listen der drei Teile ähneln sich relativ stark, ne. Also jetzt nicht zum Beispiel, wie beim zweiten Stirb das erste Mal, hier willkommen bei Dark Souls, das ist halt auch mega lustig. Das fand ich zum Beispiel richtig, richtig lustig, der erste Tod kommt in Dark Souls natürlich relativ schnell. Ja, und dann. Und beim zweiten Teil, ich musste wirklich laut lachen und im selben Moment dachte ich mir, ihr Ficker, ihr kleinen Arztlöcher. Das ist schon sehr gemein, ne. Aber stell dir vor, einer schafft das gesamte Spiel blind, komplett ohne zu sterben. Ja, das will ich sehen, in Soulsborne spielen blind ohne zu sterben. Ja, das ist unmöglich, aber es gibt bestimmt Leute dafür. Ja gut, aber du warst gerade bei den Achievements. Aber die Achievements sind halt, ähm, relativ ähnlich, also, ähm, wie du schon sagtest, Sammler, alle Waffen, Sammler, äh, alle Wunder, alle Hexereien, alles, das ganze Pipapo halt. Also, also, es basiert halt meistens eh darauf, dass du halt die gesamte Welt erkunden musst und auch wirklich alle Facetten. Ähm, das Sammeln an sich war jetzt, äh, jetzt per se bei Dark Souls zum Beispiel jetzt gar nicht so störend. Das war halt, ähm, eigentlich richtig cool, weil du, so konntest du jetzt andere Facetten des Spiels auch, ähm, kennenlernen und auch ausprobieren. Du hattest dann jetzt die Zauber, da hatte ich jetzt alle und da dachte ich, ja, jetzt hab ich sie, jetzt probier ich mal ein bisschen mit was aus, ne. Ja, gerade in Richtung New Game kannst du da natürlich so ein bisschen experimentieren, weil viele Sachen ja übertragen werden. Genau, und weil du dann eh alles hast, kannst du halt immer noch verschieden, also verschiedene Sachen ausprobieren und dann vielleicht auch wieder drauf hinarbeiten, so eben wie im New Game Plus, wie du es sagtest. Es gibt aber auch solche Fleißarbeiten auch im negativen Sinne und da ist, äh, ein bestimmter Entwickler sehr gerne, äh, ja, steht gerne dafür. Ja, los, mach Developer-Shaming. Komm, du weißt, wen ich meine. Äh, Ubisoft? Ja. Ja gut, aber Ubisoft macht ja sowieso Spiele aus dem Baukasten, Prinzipiell haben wir uns ja auch neulich erst auf der Arbeit drüber unterhalten. Genau, aber die Achievements sind es auch, ich hab ja jetzt, äh, vor, vorgestern, äh, Watch Dogs Legion gespielt und, äh, es, also die Achievement-Liste ist halt auch nach Schema F, äh, erst mal hast du. Nach Schema U meinst du? Schema U, genau. Ähm, erst mal natürlich Story-Trophäen, dann alle Upgrades und dann hast du halt deine große offene Welt, sprich London und dann musst du alle Collectibles haben, die dir absolut keinen Nutzen geben. Also, wirklich keinen Nutzen. Du bist da, hast, hast sie einmal gemacht, zum Beispiel einmal irgendwie ein Bier trinken, fertig. Wow, krasses Achievement. Ja, und du rennst dafür einmal durch ganz London oder du machst, äh, Paste-Ups, also du machst hier so Wandplakate an bestimmten Wänden und, äh, da kannst du dir halt verschiedene Designs aussuchen, aber die haben besser auf ein bisschen EP und ein bisschen Geld, dass du kriegst halt absolut keinen Mehrwert. So, die sehen dann halt aus, verschönerst du deinen London damit, aber bringen tut's dir eigentlich nichts. Ja gut, bringen tut's dir nichts, aber, ähm, wie du gesagt hast, das gehört ja auch so ein bisschen dazu, manche Achievements, ich finde man muss drei, ich bin gerade am überlegen, passt das, drei Kategorien habe ich jetzt gerade so spontan im Kopf für Achievements. Ich finde, es gibt einmal die, na, vielleicht sogar vier, einmal die Achievements, die du zwangsläufig durchs Spielen kriegst, zum Beispiel, keine Ahnung, schaffe den Tutorial-Boss, ähm, betrete Gebiet A oder B, was essentiell für die Story ist, äh, schließe die Story ab, wow, tolles Achievement, du bist fertig mit dem Spiel, hätte ich auch an den Credits erkannt, danke. Also, das ist dann wieder so ein kleiner Belohnung, dass du es bis zum Ende durchgehalten hast, ne? Ja, ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Also einmal so diese Zwangs-Achievements, die man zwangsläufig kriegt, die man nicht verpassen kann, dann die Achievements, die, so wie du gesagt hast, mit dem italienischen Klempner, die in der Regel einfach passieren, die mir persönlich am liebsten sind, dann einmal die, die in die Kategorie reinfallen, du erkundest die Welt, die dich ein bisschen motivieren, das Spiel in seiner Gänze zu erleben, das finde ich, sehe ich so ein bisschen als Motivationsfaktor, um die Spiele auch so ein bisschen zu ihrem Glück zu zwingen, die gesamte Spielwelt zu sehen und auch vielleicht versteckte Bereiche zu entdecken. Und diese Trophäen oder Achievements sind halt dann noch ein netter Anreiz, dass du halt dafür noch irgendwas kriegst. Oh ja, dann habe ich tatsächlich noch zwei Kategorien, tatsächlich, genau. Die vierte Kategorie wäre für mich nämlich Achievements, die einen aus der Reserve und aus der Komfortzone locken. Zum Beispiel, sage ich mal, ein lohnenswertes Achievement, einfach weil es relativ selten ist oder weil es vielleicht auch eine nette Belohnung dafür gibt oder so. Gibt es ja auch manchmal, dass bestimmte Belohnungen bestimmte Dinge freischalten. Ja, Dinge, die einen bestimmten Spielstil erfordern, zum Beispiel infiltriere Basis X, ohne entdeckt zu werden oder infiltriere 50 Basen, ohne entdeckt zu werden. So was zum Beispiel, wenn du vielleicht eher so der Hau drauf bist, der einfach alles niederballert in einem Shooter zum Beispiel. Sage ich mal so Ubisoft, hier Far Cry zum Beispiel, die Lager, die man, das ist ja auch das klassische Ubisoft-Rezept, Lager befreien, Karte aufdecken, neue Aufträge, bla 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 bla. Ich weiß nicht, ob es da jetzt so ein Achievement gibt, aber das wäre so ein klassisches Beispiel, sage ich mal. Ja, erobere X Basen auf, nach Methode Y, sowas in der Art, um einfach auch mal, wenn man die Achievements haben will, ein bisschen genötigt dazu zu sein, auf bestimmte Dinge zu achten, vom eigentlichen Spielstil abzuweichen. Ja, sprich weiter. Ich habe dann gerade dafür noch ein ganz gutes Beispiel. Und die letzte Kategorie, tatsächlich hast du eben schon erwähnt, deswegen bin ich darauf gekommen, das als Kategorie zu nehmen, Achievements, die einfach eine Belohnung geben. Das sind zum Beispiel auch Sachen, die ich tendenziell eher verfolge, wenn ich mal Langeweile irgendwo in einem Spiel habe und es gibt Achievements, gucke ich halt manchmal auch in einem MMO zum Beispiel, wenn ich gerade mal nicht genau weiß, was soll ich heute Abend machen im MMO oder ich gerade auf Mitspieler warte oder so ein bisschen Zeit überbrücken muss, dann gucke ich halt auch mal, gibt es Achievements, die relativ leicht erreichbar sind, wo ich einen lustigen Titel von kriege, zum Beispiel in WoW, so und so, der Tod schicke oder sowas. Oder in Rift damals als MMO gab es einen Titel, Name deines Charakters, der oder die mit den Eichhörnchen tanzt. Also sowas. Das sind so Sachen, das sind Achievements, an denen habe ich tatsächlich Spaß, weil das so Sachen sind, so ein bisschen wie kosmetische Items oder Sachen, die man einfach als Belohnung bekommt, einen Titel oder irgendwie sowas. Oder so ein nettes Item, das man nur über diesen Erfolg bekommt, was man sich irgendwo in ein Haus reinstellen kann oder irgendwas dekorieren kann. Genau. Oder so Spaß-Items. Das mag ich ganz gerne. Das ist cool. Wo ich jetzt gerade noch einen Einwand hatte und zwar sagtest du halt Trophys, die dein Spielziel oder deinen Spielfluss beeinflussen. Da ist mir ein ganz besonderes Achievement eingefallen und zwar das aus Half-Life 2 Episode 2. Das mit dem Gartenzwerg. Uff, lange her war das nicht irgendwie sowas, dass man ein Gartenzwerg durchs ganze Level tragen muss oder so? Nicht durch das Level, durch das gesamte Spiel. Ja gut. Also irgendwo relativ am Anfang des Spiels hattest du einen Gartenzwerg, den konntest du halt mit der Gravity Gun nehmen und den musstest du durch das gesamte Spiel bis, ich glaube, bis zur Rakete schleppen. Ich weiß, war das nur vor der Nacht den dreibeinigen Dinger? Oh, jetzt schlagen mich die Leute, weil mir der Name nicht einfällt. Der Patrick wohnt übrigens in der... Aber wie heißen die Dinger nochmal? Am Ende... Keine Ahnung, weißt du, wie lange Episode 2 bei mir her ist? Ja, sag mal. Release-Tag. 2,5. Die Woche danach. Und danach nie wieder angefasst. Scheiße. Ja, bei mir ist es... Ich hab's tatsächlich nochmal gespielt, dann ohne den Gartenzwerg, dann war's natürlich ein besseres Spiel für mich. Aber es war halt schon manchmal sehr kräftezehrend, weil dann der Gartenzwerg irgendwo auszusehen mit der Gravity Gun out of Map geschossen worden ist. Dann durftest du nochmal deinen Spielstand laden. Du hast ihn nicht mehr gefunden. Und es war halt irgendwann mega nervig. Und die Combine haben den dann auch irgendwann noch weggekickt, weil dann irgendwie alle aus einer Ecke kamen. Und dann war er auch nicht mehr da, wo er sein sollte. Das war einfach nur scheiße. Ich hab's am Ende geschafft. Ich hab mich dann auch wieder krass danach gefühlt, weil das ist auch eine Sache, die man halt nicht immer sofort macht oder schafft. Aber das hat mir im Nachgang das Spiel halt irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Weil ich musste immer auf diesen scheiß Zwerg achten. Ich glaube, das ist so ein typisches Beispiel für ein Achievement, was man vielleicht einfach nicht beim ersten Playthrough machen sollte. Sollte man nicht. Auf jeden Fall nicht. Und das sind so die Sachen, da merke ich bei uns beiden zum Beispiel totale Unterschiede. Also beim Soulsborne-Spielen ist mir das extrem aufgefallen. Da hattest du sofort halt deine Achievement-Liste am Start und wusstest halt im Vorfeld schon teilweise, ohne das Spiel zu kennen. In dem Gebiet muss ich das und das machen, da gibt's das und das. Und das nimmt dir halt enorm viel vom Spaß. Letzten Endes muss sich jeder selber wissen so. Ja. Aber gerade bei so einem Soulsborne und so weiter, schwierig, finde ich. Ja, vor allem bei sehr Story-lastigen Spielen. Ja, und das beim ersten Playthrough zu machen, damit nimmst du dir halt einfach super viel. Und so geil können für mich Achievements gar nicht sein, dass ich mir dieses Mysterium vom ersten Playthrough in irgendeinem Spiel nehmen lassen würde. Ja, ich versuche jetzt auch mittlerweile davon, ein wenig runterzukommen. Machst du kalten Entzug oder so stufenweise? Stufenweise, weil das ist ja auch dieses Dilemma. Nur noch 50% Trophäen sammeln? Nee, äh. Nicht Cold Turkey. Hot Turkey. Was? Das ist wie warmer Apfelkuchen. Ach nee, Moment, das war was anderes. Zurück zum Thema am besten. Aber wir haben Brot. Ja, Brot. Barmes Brot. Ja, ja, Brot. Gut, keiner weiß, worum es gerade geht. Wir haben Brot gebacken. Ähm, äh, Resident Evil 8. Du bist gerade ein bisschen verwirrt, oder? Ja, das ist so großartig. Zum Beispiel jetzt Resident Evil 8, ne? Drecksspiel, Alter. Reinster Schmutz. Was? Kreuzigt mich von mir aus, aber ich find's absoluter Schmutz. Echt? Ich find's mega geil. Das ist das erste Resident Evil, was ich nicht länger als eine Stunde gespielt hab, weil's mich absolut nicht bockt. Was? Mir hat das super gut gefallen. Okay, ja. Aber du bist es auch, Patrick. Ja, du heißt Markus. Ja. Warum liegt dir eigentlich Stroh? Hilfe. Die nachfolgenden Sendungen. Das sind für Zuschauer und Zuhörer unter 18 Jahren. Nicht geeignet. Oh! So, da war's wieder. Ich muss diesen Sound-Effekt hier aus meinem Mischbild raushauen, das geht nicht gut. Ähm, nee, ich hab dir ja gesagt, dass ich das Spiel total geil finde und es dann auch platinieren würde auf der PS4, ne? Dass du mir überhaupt noch sagst, dass du Dinge platinierst. Ich weiß, dass du Dinge platinierst. Du musst mir das nicht jedes Mal erzählen. Du erzählst mir sowieso bei jedem Spiel. Aber es gab ja auch einen Punkt, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, wegen dem scheiß Mercenaries-Modus mach ich's nicht. Weil der einfach total nicht gebockt hat. Ja, und als du mir das gesagt hast, wusste ich schon, spätestens ein paar Wochen später machst du's trotzdem. Es war eine Woche später. Ja. Das wundert mich halt nicht. Das war wie so ein kalter Entzug, der nicht geklappt hat und ich wieder zurück zum Drogen gegangen bin. Ja, das ist so ein bisschen wie die Szene aus Saw 2, wo die Frau in diese Grube mit den Nadeln, mit den Spritzen reinpackt. So, oh, Mercenary-Modus. Du bist so fies, aber ich wühre ein bisschen in dir. Und es ist dann einfach nur noch ... So, das wolltest du? Genau das. Oder das hier? Geil, Mann. Nee, das erste. Okay. Nee, und im Nachhinein hab ich mich dann tatsächlich nur wegen dieser scheiß Trophäe mit diesem Modus befasst und hab dann nochmal fünf Stunden meines Lebens reingepumpt. Und dann hat es mir sogar Spaß gemacht. Also jetzt nicht wegen der Trophäe, sondern der Modus an sich. Würdest du eigentlich sagen, du hast sehr viel Freizeit? So was Achievements wohl angeht. Eigentlich nicht, nein. Aber irgendwie krieg ich das ... Aber ich krieg's irgendwie hin, ja. Die Prioritäten sind halt klar gesetzt, ne? Eigentlich hast du die Zeit nicht, aber die Achievements sind schon gut. Ja, die sind schon nice. Und das ist halt das Ding, ne? Der Patrick sagt, das müsst ihr einfach wissen, der Patrick erzählt mir bei jedem Spiel, ja, das muss ich dann noch platinieren. Also irgendwann im Laufe des Gesprächs kommt immer dieses, ja, da muss ich auch noch Platin holen. Oder da hab ich mir gestern Platin geholt. Also entweder fängt das Gespräch so an mit, ich muss noch, oder ich habe bereits. Oder ich werde. Also das ist ... Also Platin ist immer, wenn's um irgendein Spiel geht, über das wir noch nicht gesprochen haben, Thema. Und was man auch über Patrick wissen muss, wenn's um Achievements geht, er sagt manchmal, wie bei Mercenary Wars, er macht's nicht, aber man weiß eigentlich schon, er macht's doch. Weil auch bei einem Spiel, wo die letzten 10% nerven, kann man ja trotzdem noch 100% holen. Er macht's also trotzdem noch und er erzählt mir ... Ich weiß nicht, ob Patrick dann so denkt, denkst du dann manchmal so, ach ja, den Markus verarsche ich jetzt mal. Ich sag ihm, ich holen nicht alle Achievements. Nein, das war tatsächlich so ... Also ich hatte das mir eigentlich vorgenommen, weil ich hatte keinen Bock drauf. Bazinga. Aber dann ... Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das einfach nicht losgelassen, weil mir das Maingame einfach so viel Spaß bereitet hat, dass ich es nicht so, wie soll ich sagen, so unvollendet zurücklassen konnte. Und deshalb ... Und dann hab ich mich doch mal an einem Feierabend da hingesetzt, hab mal die ersten zwei Maps gemacht. Einfach so, um zu gucken, ob es wirklich halt so keinen Spaß macht. Und es machte mir dann auch tatsächlich Spaß. Nicht aufgrund dessen, dass ich da noch die Platin noch mitnehmen konnte, sondern tatsächlich ... Ich hab mich mit dem Moos befasst, ich hab verstanden, wie er funktioniert und dann hat mir das schon Spaß gemacht, dieses Arcade-lastige. Ich glaube, du hast ein ernsthaftes Problem und ich glaube, das Problem bedeutet, du bist eine Gaming-Schwabe. Du möchtest, glaube ich, oder Gaming-Schwabe oder Gaming-Schotte, ich weiß es nicht, was besser passt. Du möchtest, glaube ich, jeden Cent aus dem Spiel rausspielen. Wenn es da noch was gibt, dann möchtest du es auch holen. Hm, das klingt gar nicht mal so falsch, würde ich sagen. Ja, alles andere wäre jetzt auch eine Lüge gewesen. Wobei ich jetzt ... Es ist ja auch nicht verkehrt. Also ich finde es nicht schlimm. Ich für meinen Teil muss halt nur sagen, ich hätte auch weniger Probleme damit, Achievements hinterher zu jagen, wenn ein Großteil der Achievements nicht einfach saunervig oder saulangweilig wäre. Oder einfach saugrindig. Ja, das meine ich ja mit saunervig. Also Grinding ist immer nervig. Und das ist einfach ... Ich weiß nicht. Und Achievements, das habe ich dir ja schon ganz oft gesagt, wenn du mich zu irgendwelchen Dark Souls-Achievements nötigen wolltest irgendwie. Achievements, nur der Achievements wegen machen, ist für mich halt einfach so null Bock. So null Bock. Also das ist auch ein totales Trauma aus der Herderinge-Online-Zeit. Ich habe mit meinem Kumpel Jan ... Da gab es jetzt nicht Achievements in dem Sinne, glaube ich. Da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Aber wenn du auf Max-Level warst, war es, glaube ich, oder schon vorher, keine Ahnung. Jedenfalls gab es ein Feature in diesem Spiel, das nannte sich oder nennt sich immer noch Buch der Taten. So. Und dann konntest du im Prinzip dir über Umwege, über dieses Buch der Taten, mit besonderen Aufgaben, also mit in Anführungszeichen besonderen Aufgaben, kleine passive Boni zu sichern. Das heißt, du hattest deine Charakterwerte irgendwann und die konntest du irgendwann halt auch nicht mehr groß verbessern. Und mit diesem Buch der Taten hast du zum Beispiel auf deine Stärke, auf deine Geschicklichkeit und so weiter, hast du einen kleinen, minimalen Bonus drauf bekommen. Und es gab halt ganz, 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 ganz viele Einträge im Buch der Taten. Buch der Taten heißt im Prinzip, in Kurzform, grinde jeden fucking Mob im Spiel, bis du keinen Bock mehr hast, das Spiel überhaupt zu launchen. Beispiel, und das ist wirklich Realität, töte 500 Würmer in dem Areal, in Gebiet X. Okay. Jetzt denkst du dir, oh, das ist aber schon nervig. Teilweise waren das Sachen, die dir gar keine Erfahrung mehr gegeben haben. Also du hast einfach nur... Also du hast nichts eigentlich getan. Genau, und in diesem Areal waren dann vielleicht auch mal 20 Würmer Zeit, gleich anzutreffen. Dann hast du auf Respawn gewartet. Oder hast du es über Tage oder Wochen verteilt immer wieder. Also es war halt schon, du musstest es nicht am Stück machen so. Das ist halt auch so ein bisschen Langzeitmotivation vielleicht gewesen, wenn du im Laufe des Spiels irgendwann so viel getötet hast dann. Aber jetzt kommt der Clou. Bis dahin noch okay. Wenn du das abgeschlossen hattest, ah, Würmer im Gebiet X, Stufe 2. Also quasi... Töte 1000 Würmer. Und dann war es abgeschlossen. Das heißt, du hast insgesamt 1500 töten mussten. Ach du Scheiße. Und das war der Moment, als ich das realisiert habe, habe ich gesagt, nee, fick dich. Buch der Taten zu, nie wieder, kein Box. Ja, aber... Und mein Kumpel, der hat das wirklich tot gegrindet, dieses Ding. Und hat da wirklich... Diese 1500 Würmer... Komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Grüße gehen raus an Jan. Komplett lost. Und lass mich raten, das waren noch so Low-Level-Gegner. Ja, ja, die haben dir überhaupt gar keine Erfahrung mehr gegeben und nix. Und das war also... Und vor allen Dingen Gegner, die dann irgendwann grau waren, also dir keine Erfahrung mehr gegeben haben. Das war in Herr der Ringe Online sogar so geregelt, dass die dich gar nicht mehr automatisch angegriffen haben. Das heißt, Gegner, die dir Erfahrung gegeben haben, die hatten so eine typische Agro-Range, die man kennt. Du läufst in die Nähe rein und sagst, ah, Gegner, ah, ich hau nicht, ah, ah, so. Aber sobald die grau gewesen sind, konntest du dich auch neben einen fetten Höhlentroll stellen und der hat nichts gemacht. Alter. Das heißt, automatisch, du musstest erst jeden Gegner auch aktiv anschießen oder anschlagen. Dass er dich also wahrnimmt. Genau, wo du im Normalfall auch mal durch Vorbeilaufen schon mal ein paar Gegner einsammeln kannst, im Normalfall so, ne? Aber das geht halt nur mit denen, die dir noch Erfahrung gegeben haben. Das heißt, dieser ganze Low-Level-Crap war komplett für die Tonne. Alter, ja, das ist dann, also das ist dann für nichts und wieder nichts. Genau. Und für den Level, also für diesen, ähm, ähm, für den Buff hat sich das auch eigentlich gar nicht so gelohnt. Und du hast dann teilweise, also das war ja nicht mal ein Buff, das war wirklich so ein passives Mini-Mü. Ich sag mal, für die Raids war das dann teilweise nett, weil da zählt natürlich dann irgendwann alles, ne? Gegen schwere Bosse und so weiter. Aber ganz im Ernst, äh, da hab ich meine Lebenszeit irgendwie anders verbracht und hab lieber noch einen zweiten Charakter hochgelevelt in der Zeit irgendwie, wo da andere 1500 Würmer sammeln. So gefühlt zumindest, ne? Und das ist bis heute so ein Ding, wo ich sag, so Dinge einfach nur, um es erledigt zu haben, nee, mag ich nicht. So gern. Mag ich wirklich nicht so gern, wie gesagt, mein Ding sind mehr so die Dinge, die einfach so passieren, die nett sind. Ich mag es so als Marker, auch so diese, diese Pflichtdinger so, ah, wunderbar, du hast Stufe 10 erreicht, herzlichen Glückwunsch, sowas. Finde ich okay, weil es heißt, du hast einen gewissen Fortschritt, das ist in Ordnung. Aber wirklich freuen tue ich mich über die Sachen, die einfach so passieren. Weil das, das sind teilweise so die lustigsten Momente und ich hab wirklich Spaß dran, teilweise auch wirklich mich selbst dabei zu ertappen, wie ich realisiere, warum ich jetzt gerade ein Achievement bekommen habe. Weil manchmal ist es ja nicht ganz ersichtlich. Genau. Gerade bei so komplett random Sachen. Da ist, da sind die beiden Little Nightmares ganz geil, weil die haben absolut kryptische Bezeichnungen für die Trophäen. Das heißt, du weißt. Bitte nicht spoilern, das sind Spiele, die ich noch spielen möchte. Ich frage nur vor. Absolut, also wenn du dir jetzt einfach mal die Achievements angucken würdest, du wüsstest nicht von vornherein, was du dafür machen müsstest. Fille, Palle, Hucki, Hucki. Ja, so ungefähr, pass mal auf, ich hab hier gerade Little Nightmares 2. Hier steht zum Beispiel jetzt, hier heißt eine Trophäe, Jäger und Sammler. Die Natur ist ein grausames Ding, Ende. Du wüsstest jetzt nicht, womit es zusammenhängt, vielleicht in einem Waldgebiet oder so, aber was ist dann grausam zu dir? Weil du da irgendwie durch eine Falle stirbst oder weil ein Gegner dich dann irgendwie ganz besonders ausknockt oder so? Weißt du halt nicht, das kommt dann alles bei Zufall. Und das Witzige ist, bei dem Spiel habe ich die Trophäen halt alle ohne Guide geholt. Und da sind halt ein paar auch durch Zufall einfach passiert. Und das ist dann halt, wie du schon so schön sagtest, das ist so ein ganz anderes Gefühl vom Reward einfach. Du hast es gefunden und dann freust du dich drüber. Und dann spielst du es erstmal weiter, aber dann bist du auch ein bisschen aufmerksamer. Vielleicht beim Spiel. Was ist denn, ja, also das finde ich schon, also dass man durch Achievements oder das Wissen, es gibt Achievements für bestimmte Dinge mit denen, die man tut, könnte ich schon verstehen und nachvollziehen, dass man dadurch ein bisschen bewusster die Spielwelt wahrnimmt, was grundsätzlich ja erstmal was Positives ist. Finde ich auch nichts Negatives dran. Aber was ist denn dein Antrieb, Achievements zu sammeln? Also ich nenne dich ja wirklich Spaß und Sagler immer Achievement Hunter irgendwie, weil du da schon sehr hinterher bist. Also, ist es der E-Penis in deinem Profil oder? Nee, also der ist es tatsächlich nicht, aber ich bin, wie du schon so schön auch gesagt hast, ein, keine Ahnung, was das drauf war, ob das die Fliege war. Ich höre auf an deinem Handy zu spielen. Beantworte meine Frage. Nee, ich glaube, das hat es mehr mit diesem Kompletieren zu tun. Also der digitalen Schwanzvergleich ist mir da relativ egal, aber... Der Gaming-Schwabe. Genau. Ich bin mehr so der 100%-Typ. Also ich kaufe mir ein Spiel, um es halt komplett, also mir komplett anzusehen und komplett zu erkunden. Können Sie mal auf der Arbeit vielleicht der 100%-Typ sein? Ich kenne schon alle Ecken. Ja, ja. Ich nage dem Patrick immer, dass er ein Foulpelz ist. Nee, also das ist einfach mal, also, dass ich halt alle Ecken des Spiels kenne und auch alle Aspekte des Spiels kenne. Deswegen sammle ich halt sehr vorwiegend gerne diese Achievements. Ja, also ich verstehe das schon. Also ich kann es nachvollziehen. Mein Fall, also mein persönlicher Fall ist es halt einfach nicht so. Ich mag das auch total gerne bei einem zweiten, dritten, vierten, fünfundzwanzigsten Mal spielen von einem Spiel. Und ich bin jemand, der schon auch viele Spiele mehrmals wieder anpackt und auspackt. Da mag ich das halt schon mal wieder neue Sachen auszuprobieren auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist halt so ein bisschen meine Denkweise dabei, wenn ich jetzt beim ersten oder zweiten Mal Playthrough mit so einem 100%-Guide rangehen würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das Spiel nicht nochmal anpacken würde. Weil ich zwar wüsste, und das ist so ein ganz komisches Kopfding bei mir, glaube ich, weil ich zwar wüsste, dass das Spiel beim nächsten Mal spielen trotzdem noch Spaß machen würde, aber ich durch dieses 100% irgendwie suggeriert kriege, du hast alles gemacht. Oder du hast alles gesehen. Es gibt nichts mehr zu tun, es gibt nichts mehr zu entdecken. Und da macht es diese 100% für mich total schwierig. Ich kann also, ich kann deinen Gedankengang auf jeden Fall nachvollziehen, weil wenn du da die 100 stehen hast, heißt das für dich ja meistens, das ist fertig, ist abgeschlossen, können wir das nächste machen. Genau, und das ist, glaube ich, auch vielleicht unterbewusst auch so ein Ding, wo mein Kopf sagt, nee, mach mal nicht 100. Mach mal nicht 100, weil das lässt so ein bisschen den Reiz aufrecht. Also ich, also ich, also ich, ich finde, ich finde den Gedankengang von dir, muss ich jetzt gerade sagen, absolut faszinierend. Ich finde das cool. Also ich habe keines der Souls-Spiele auf 100%, es sei denn, du hattest mich irgendwo auf Playstation, glaube ich mal, ich glaube bei Dark Souls 3 oder so, hat sie mich dazu benötigt. Ich glaube, das war bei Dark Souls 3 oder Bloodborne. Ja, obwohl 100% habe ich da auch nicht. Ich glaube, ich habe dieses Achievement mit den verschiedenen Enden auf deinen Zwang geholt, aber 100% habe ich nicht. Ja, du hast gesagt, ja, nehm mich mal mit. Das war ja schnell gemacht. Ja, ja, das war, das war Bloodborne. Und das waren, wir hatten ja diese, wir hatten diese drei von vier Nabelschnüren und dann mussten wir halt uns von, äh, German, wie hieß der nochmal? German. German, nicht German. German. Old German. Ja, ja, uns da verprügeln lassen und ihn töten. Genau, uns eben von ihm ficken lassen, dann, Entschuldigung, köpfen lassen und dann mussten wir ihn besiegen und dann mussten wir ihn nochmal besiegen, indem wir diese drei Nabelschnüre vorher gegessen haben. Ja, Dinge, die man auch nur im Kontext von Bloodborne hört, Nabelschnüre, Nabelschnüre essen, damit man sich köpfen lassen darf. Genau, genau. Und am Ende landet man im Rollstuhl. Ja. Ja, willkommen in Japan. Nach dem Frühstück kein Wunder. Ja. Ich weiß nicht, es ist so, also ich verstehe das, wenn Leute Spaß daran haben, also ich merke ja auch, dass du Spaß daran hast, dass so, also da merkt man auch, dass so dieser, dieser Completionist durchkommt, so alles vollständig haben zu wollen. Mhm. Aber ich bin da, glaube ich, nicht besonders kompatibel mit. Also ich lasse da jeden so sein Ding machen, aber ich, also diese Begeisterung springt nicht auf mich über. Und ich glaube auch, wenn ich diese, also gerade bei den Soulsborne-Spielen, das ist für mich einfach so ein bisschen ein Paradebeispiel, weil das sind für mich halt zu 90 Prozent einfach Achievements, einfach nur um sie zu haben. Also alle Waffen maximal aufzuwerten oder sowieso. Ja, das gibt's ja zum Glück da nicht, ne, so meistens. Nein, aber das ist so, alle Waffen sammeln, alle Wunder sammeln. Warum soll ich alle Wunder sammeln, wenn ich nie ein einziges benutzen will? So, ne, solche Sachen. Ja. Ähm, verstehe ich, aber das sind ja zum Glück auch Sachen, die man nicht in einem einzigen Playthrough machen muss, sondern auch mit verschiedenen Charakteren und pipapo. Ah, ja. Größtenteils. Größtenteils. Ich weiß, es gibt auch Ausnahmen und das nervt mich dann wieder richtig, wenn man gezwungen ist, Achievements noch auf eine bestimmte Art und Weise zu sammeln. Ja. Da möchte ich übrigens auch ein Achievement für das Achievement haben. Ja, ja. Ne, also das sind auch so die, die mich am meisten stören, wie zum Beispiel das mit dem Garnzeug bei Half-Life 2 Episode 2. Das ist quasi dein gesamtes Spielen beeinflusst oder behindert sogar eher, weil du kannst es halt da nicht ordentlich spielen, so wie es eigentlich vorgesehen ist. Aber das ist ja der Kern des Achievements. Es ist halt dumm, das beim ersten Playthrough zu machen. Sorry. Ja, das habe ich dann da gelernt. Aber ich dachte so nach der Hälfte, ja komm, jetzt machst du auch noch die andere Hälfte und dann ist gut. Ich finde es schon krass, dass du das nach der Hälfte erst realisiert, dass es super nervig ist. Ich habe manchmal auch ein paar Combine mit dem Gartenzwerg gekillt. Das war dann auch wieder lustig, wenn dann so ein Gartenzwerg auf dich zufliegt und du dann tot bist. Das letzte, was du siehst, ist ja ein Gartenzwerg. Ja, die Inschrift auf dem Grabstein ist bestimmt lustig von dem Combine-Soldaten. Rip Edgar, der Gartenzwerg. Ja, so sieht es aus. Nee, aber ich persönlich bin jetzt mittlerweile schon leicht gesättigt von diesen Trophäenjägen. Tatsächlich, sodass ich nicht mehr wirklich unbedingt alles auf 100% haben. Gibt es ein Spiel, jetzt fernab von deiner leichten Achievement-Müdigkeit, auch Jäger werden irgendwann mal alt und müde, gibt es da eins, wo du sagst, da habe ich mal gar keinen Bock auf die Achievements oder da interessieren mich die Achievements null? Ein aktuelles oder was ich schon gespielt habe? Komplett egal, komplett egal. Also wo du auch sagst, auch zukünftig Achievements, keine Ahnung, entweder gefallen sie mir nicht vom Namen her oder was man tun muss. Also zukünftig, wo ich da auf jeden Fall keinen Wert drauflegen möchte, war vorher mal im ersten Durchgang, habe ich dir schon gesagt, das wird definitiv Elden Ring, weil da ist die Freude zu groß und deine Freude in diesem Jahr war jetzt auch sehr groß. Ja, Mann, nicht nur die Freude ist bei mir groß. Ja, das hättet ihr jetzt nicht sehen. Gut, dass ihr es nicht gesehen habt. Ja, ich habe alle Klamotten von mir geworfen und Tango getan. An deiner Stange, die eigentlich dein Staubsauger ist. Ja, ja. Guck mal rechts von dir. Der kann toll saugen. Ich weiß, wo mein Staubsauger steht. Danke. Gerne. Nee, also das ist wirklich ein Spiel, das ich halt wirklich blind spielen möchte und auch erstmal die Achievements mir total egal sind. Ja, vor allem, da müssen wir halt auch echt überlegen, ob wir das zusammen im Koop von Anfang an spielen oder ob wir wirklich erstmal gucken, wie geht der Singleplayer ab. Ja, weil das ist halt echt so ein Struggle, den ich immer mit den Soulsborne-Spielen habe, weil im Koop ist es halt immer viel, viel leichter. Es wird halt, es ist halt, also, also, was man schon weiß, das wird ja ein Best-of-Fromsoft quasi. Also, da werden alle, so gut es geht, alle Elementen der vorherigen Soulsborne-Spiele drin sein, in einer Open World. Und da gibt es, glaube ich, sehr viel zu erkunden, sehr viel zu entdecken, sehr viel zu töten, sehr viel, wovon man getötet wird. Ja, das möchte ich hoffen. Das ist... Braucht, glaube ich, noch einen dritten Controller als Reserve. Das wird großartig. Ja, schauen wir mal. Ich bin, ich bin sehr gespannt und vielleicht hat Elden Ring ja auch ein paar Achievements am Start, die mich da ein bisschen mehr ins Boot holen, wer weiß. Ja, ähm... Wer weiß. Ähm, Trophäen, wo ich jetzt echt sage, die sind mir total egal, sind jetzt ein Add-on von, ähm, von Prey. Oh Gott, Alter, Prey, auch so ein Schmutz-Remake, ey. Das war ja kein Remake, das war ja mehr nur, wir nehmen den, wir nehmen nur den Titel, aber wir machen ein ganz anderes Spiel. Ja, wie auch immer, also das war ja noch viel schlimmer, ich hab ja nicht mal das gekriegt, was ich erwartet hab. Also ich hab ja keinen, also hast du den allerersten Prey gespielt? Ähm, nee. Also ich hab halt nur, also ich hab nur Szenen von gesehen. Der hat so geil mit Gameplay-Mechanik gespielt, da waren so coole Elemente drin und ich hab nicht verstanden, was sie da mit Prey gemacht haben, also mit diesem neuen Ding irgendwie. Wie, ich hab mir das voller Erwartung gekauft, mich extra nicht vorab informiert, um mich nicht spoilern zu lassen. Ja, hätte ich mal. Ich, also ich hab gelesen, dass es halt so ein bisschen Half-Life-mäßig ist. Also du, wie soll ich sagen, damit wurde ich geködert, dass diese Glue Gun, also diese... Ach so, ja. Ja, ne, dass du damit halt sehr kreativ sein kannst, so ein bisschen wie die Gravity Gun. Ähm, ich hab's halt als erstes gespielt, das waren so zwei Stunden oder so, da hat sich halt nicht viel bewegt, aber sobald du halt so die Raumstation erkunden konntest und du auch die Sachen scannen konntest, hat mir das Spiel auf einmal so viel Spaß gemacht. Ich hab da, also ich weiß nicht, wie oft ich das Spiel durchgespielt habe, aber es hat mir halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das ist halt ein sehr unterschätzter Titel, aber aufgrund der Titel hätte vielleicht ein anderer sein können, weil man halt sehr viele Assoziationen mit dem anderen Prey hatte. Ja. Ähm, um zurück auf die Trophäen zu kommen, äh, es kam dann ein Add-on raus, das hieß dann, äh, Moon Crash und das war halt sehr Arcade-lastig. Also du hattest halt so fünf Figuren und, äh, du musstest von A nach B, aber jeder, jeder Charakter hatte andere Fähigkeiten und dann gab's den Weg von A nach B immer anders. Okay. Aber, ähm, es war halt nicht wie das Grundspiel aufgebaut, was ich so sehr und so gern gespielt habe und, ähm, tja, es hat irgendwie nichts, es hat nichts gebracht. Also es ging halt wirklich mehr Richtung, äh, Kurzweil und, ähm, von A nach B kommen, so gut es geht, als jetzt bei der Story Erkundung und, und erforschen. Also, das, das waren absolut zwei Gegensätze, wo ich gesagt habe, ich hab den Add-on vielleicht eine Stunde oder zwei gespielt und da hab ich gesagt, ey, nee, komm, kein Bock. Dafür ist mir dann doch selbst mir die Zeit zu schade. Ja, und das, das ist das, das ist das, was ich meine, ne, du hast oftmals, also diese Errungenschaften, Achievements, die sollen ja im Prinzip so ein bisschen, so ein virtuelles Schulterklopfen sein für Dinge, die du geschafft hast. Ich finde aber, viel zu oft machen Entwickler sich das ein bisschen, bisschen einfach, wie gesagt, einmal so mit solchen, äh, Pflicht-Achievements, die man sowieso bekommt, einfach nur damit ein paar Achievements mehr drin sind, wobei die eigentlich noch am ehesten eine Daseinsberechtigung haben, weil das sind ja Errungenschaften. Du hast bestimmte Dinge im Spiel erreicht, das heißt, du bist auf Maximallevel angekommen, hast einen Boss besiegt, deinen ersten Boss vielleicht, den letzten Boss, wie auch immer. Ähm, das, das kann ich nachvollziehen, aber ich würde mir wünschen, dass Achievements einfach ein bisschen, bisschen innovativer werden. Ich hab da auch keine konkrete Idee leider, aber so ein bisschen motivierender sind, weil das ist schon toll, ein Achievement zu kriegen, aber oftmals, also gerade, gerade so diese Grind-Scheiße, warum macht man dafür ein Achievement? Ja, weil, weil das sind, also, das Ding an den Grind, an diesen Grind-Achievements ist ja nicht mal, dass, ähm, dass man den Grind hat, um das Achievement zu kriegen, sondern ich denke mir immer, das sind so Achievements, die keiner bekommen würde, der nicht nach einer Liste geht oder bestimmte Dinge abarbeitet, weil so ein typisches Ding, Dark Souls-typisch, äh, werte alle Waffen auf oder irgendwie sowas. Also, sie haben so und so viel von den Eid-Gegenständen, um die dann zu opfern. Also, soll ich sagen, also es gibt viele Achievements, die man im Normalfall auch nicht durch reines Ausprobieren oder Rumprobieren bekommen würde. So, und das ist, das ist total schade, das, das ist dann wirklich so dieses nur des Achievements wegen bestimmte Dinge tun, wie gesagt, sollte man grundsätzlich nicht beim ersten Playthrough machen, meiner Meinung nach, kann jeder machen, wie er will, aber warum sie nicht solche Sachen zumindest weglassen? Also, das ist ja auch kein Achievement, wenn ich in der Liste lese, äh, crafte 5000 Gegenstände und ich hätte vielleicht in meiner kompletten Spielzeit 4000 gecraftet und denke mir so, ja, okay, da ist noch so ein Achievement offen, ich crafte nochmal 1000 Gegenstände, so. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber mache ich einfach, damit so ein Haken hinter ist, irgendwie so, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so indirekter Spielzeit-Klau, man muss es ja nicht machen, aber es ist so, warum? Es ist so ein künstliches Strecken, sodass man halt länger an einem Spiel, ja, ja. Es ist halt nicht mal ein kluges oder motivierendes künstliches Strecken. Ich verstehe ja, dass Leute, gerade in Online-Spielen, wo, also die halt auch von einer aktiven Spielerschaft, die über einen längeren Zeitraum spielen, dass man da so Dinge einbaut, die Strecken, dass MMOs zum Beispiel darauf ausgelegt sind, möglichst viel Zeit im Spiel auszulegen. Ja, ja, aber bei einem, ja, das ist auch okay, weil man denkt eh längerfristig, dass man da länger mit dem Spiel beschäftigt ist, ne? Aber kann ich es halt nicht so gestalten, dass es vielleicht ein bisschen spannender oder spaßiger ist? Geht das beim Grind? Bestimmt, wenn man für bestimmte Zwischenstufen kleinere Belohnungen kriegt zum Beispiel oder eine höhere Chance für random gefundene Sachen hat bei bestimmten Grind-lastigen Sachen zum Beispiel, kann man alles einbauen, wenn man das halt möchte. So, ähm, what's up, people? Wenn ich das möchte, kann ich es machen. Ist ja das Spiel von den Entwicklern, die können das ja reinprogrammieren und so. Aber das Ding ist, wenn da, also wenn mir heutzutage noch irgendein Entwickler, und das hat jetzt auch eigentlich nichts mit Achievements zu tun, sondern generell mit Game Design, wenn mir irgendein Entwickler eine kacklangweilige, unmotivierende Aufgabe vor den Latz knallt, dann lasse ich sie liegen. Und wenn sie, weil sie mich einfach nervt. Und spätestens dann, wenn sie anfängt, mich zu nerven, lasse ich sie liegen. Weil ich möchte ja Spaß haben mit dem Spiel. Ich möchte mich den ganzen Tag in der Kita rumnerven und dann nach Hause zu kommen und sagen, boah, geil, noch 1500 Mehlwürmer töten, richtig coole Sache. So, weißt du? Und nee, hab ich keinen Bock drauf. Und wenn Spiele das machen oder Spieleentwickler, dann komm ich zu dem Punkt irgendwann, dann sag ich, okay, geht da ein Weg drum rum? Nein, die Spieler, die Entwickler zwingen mich sogar dazu, diese Scheiße hier gerade zu machen. Damit da dieses Häkchen kommt, ja. Nee, auch wie gesagt, losgelöst von Achievements. Vielleicht gibt's auch so Kacke, die man machen muss, um weiterzukommen. Habe ich jetzt erst in einem anderen Kontext gesagt, in San Andreas, die Flugschule zum Beispiel, GTA San Andreas, ist diese Flugschulmission, also die Flugsteuerung quasi lernen, ist Teil der Hauptstory. So, ich hab das ganz, ganz lange Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich's irgendwann mal fertig gespielt hab, hab ich keine Erinnerung mehr dran. Ich weiß, dass ich das ganz lange nicht gemacht hab, weil's mich super abgefuckt hat, weil die Steuerung einfach nach Eselarsch gerochen hat irgendwie. Das hat keinen Spaß gemacht. Also, ja. Ja, viel Spaß mit diesen Bildern. Danke für den Eselarsch. Ja, bitte. Alter. Nein, und das sind so Sachen, wenn ich das auf Achievements übertrage, denke ich halt, das, was ich gerade gesagt hab, warum kann man nicht zumindest so nervtötende, dumme, langweilige Scheiße rausmachen und es einfach ein bisschen netter machen? Das soll ja nicht leichter sein. Ich rede nicht von leichter. Es soll einfach nur nicht scheißlangweilig und nervig sein. Ja. Das stimmt, aber... Ja, da fällt dir auch nichts mehr ein mit deinen klugen Achievements. Nein, nein, nein. Also, es gibt halt gute Beispiele und schlechte Beispiele, ne? Du lass mich nicht hängen. Nein, nein. Er lässt mich hängen. Du lässt mich hängen. Was? Nein. Nein, nein, hab ich gerufen. Brooklyn, nein, nein. Alter, Alter, äh, was? Serie, Netflix, Brooklyn, nein, nein. Schlachtruf des Teams, nein, nein. Und alle rufen, nein, nein. Ich ruf, nein, nein. Und Patrick so, nein. Nein. Ach, nein. Ach, sorry. Ja, komm, ich mach's zu spät. Nein, nein. Nee, komm, jetzt ist es zu spät. Jetzt hab ich versagt. Ja. Alle aufgebaute Reputation direkt mit einem... Ich fühl mich wie der, ähm, wie der Polizeichef in der Anfang der dritten Staffel, der dann einen Herzinfarkt kriegt, weil er die beiden, äh, erwischt hat, wie sie um Rumknutschen sind. Ja, grüße gehen raus an alle, die Brooklyn Nine-Nine noch gucken möchten. Ich hab nicht die Namen genannt. Ich hab versucht, dass es so gut es geht. Ihr werdet noch dran erinnern. Ja, ja, ja. Naja, ähm, es gibt gute und schlechte Beispiele, definitiv. Und, äh, ja, ich denk mal schon, dass man den Grind besser gestalten kann, ne? Also irgendwie, dass es... Die Frage ist ja, warum passiert das nicht? Faulheit. Ich denk mal, es ist den Leuten egal. Oder sie haben selber keine geile Idee, wie sie es besser machen können. Oder, ja, vielleicht haben sie einfach keine geile Idee, wie sie es besser machen können, oder wie sie es halt so gestalten, dass es halt spannender ist, ne? Wie gesagt, bei einem Online-Spiel verstehe ich den Grind aufgrund der Spielzeit. Aber bei so Offline-Sachen ist Grind einfach tot. Ich kann auch wieder Assassin's Creed als Vorbild nehmen. Das ist überhaupt so ein Scheiß. Auch die GTA-Spiele, diese ganzen Collectibles in Singleplayers, das kotzt mich ja so an. Ich find ja, wenn... In GTA rumcruisen und irgendwo in der Stadt 50 Tauben sammeln oder so eine Scheiße. Ach echt? Fuck my life, nein, warum? Ja, wenn sie irgendwie einen Nutzen für dich bringt, dann ist das ja okay. Aber wenn die absolut keinen Nutzen haben... Ja, nur den Haken dahinter. Ja, dann ist das halt scheiße. Brauchst du halt für 100 Prozent. Ja, und das ist dann so dieser Psycho-Trick, den die Entwickler dann wahrscheinlich einsetzen. So, ja komm, dir fehlt eh nur noch dieses kleine Ding, mach das doch jetzt einfach mal, ne? Nee, wie du ein kleines Ding hast oder schon? Ja, aber dann wird das Ding ja größer. Noch ein kleines Ding und noch ein kleines Ding? Zehn Millimeter. Okay, wir halten also für das Protokoll fest. Patrick sammelt kleine Dinger. Zum Beispiel Assassin's Creed 2, kann man so weit nach oben gehen. Schön, wie er ablägt. Die 100 Federn, ne? Ja, 100 Federn, 50 Tauben, das ist ja komplett scheiße. Vor allem, das hat halt Spieltechnik einfach keinen Nutzen. Du sammelst die... Ja, das haben Collectibles seltenst. Ja, aber zum Beispiel Collectibles haben auch einen Nutzen. Aber da muss ich wieder ganz weit nach hinten gehen und zwar... Er will sich jetzt schön reden, ich bin gespannt. Nein, nein, also es gibt auch gute Beispiele, möchte ich nur zu sagen, zu Collectibles. Ja, zum Beispiel, müssen wir jetzt zum N64 gehen, zu Banjo-Kasui. Da hat jedes Collectible irgendwie einen Nutzen für dich. Puzzleteiler, du kannst in weitere Levels gehen. Musiknoten, das sind Collectibles, die öffnen dir verschlossene Türen in der Oberwelt. So als Beispiel. Ja, das sind nette Sachen. Ja, aber da sieht man auch, dass die Collectibles einen großen oder einen guten Nutzen haben. Aber wenn du jetzt Tauben oder Federn sammeln musst und du kriegst dafür quasi nur die... Das Achievement, das Achievement. What the fuck, Alter? Ja, und das Ding ist, das ist ja auch wieder so künstliches Strecken von Spielinhalten. Genau. Weil du kannst ja sagen, ja, das brauchst du halt, um die 100% zu haben. Ja, richtig, aber wenn du das Drecks-Achievement weglässt, dann hast du auch ohne die 100%. Ja. Du hast trotzdem alles vom Spiel gesehen oder zumindest die Story erlebt. Und diese Sammelmal, diese Sachen, finde ich ja ganz nett, wenn sie dazu führen, dass du coole, versteckte Areale entdeckst oder so im Sinne von Sightseeing-Tour. Das war ja vorhin auch eine dieser Kategorien, so Achievement, erkunde die Welt, lerne Bereiche auch mal aus anderen Perspektiven kennen. Keine Ahnung, Assassin's Creed, du findest ein paar Sachen auf den höchsten Spitzen der höchsten Gebäude oder sonstige Sachen, bieten dir wieder einen coolen Panoramablick und bla bla bla. Ja, alles cool. Das war ja zum Beispiel mit der Haja Sophia, ne, in Revelations. Da musstest du da schnell hochkrempeln, äh, hochklettern. Ich krempel mal schnell hoch. Hochklettern für eine Trophäe. Ich glaub, du musst so irgendwie 20 Sekunden, äh, innerhalb von 20 Sekunden das Dach oder die Spitze erreichen. Kriegst du die Trophäe und dann hast du noch einen wunderschönen Blick über Konstantinopel. Ja, sowas ist halt nett. Was mich super abfuckt und da sind Collectibles sofort für mich gestorben, wenn ich merke, dass die an so richtig dummen Orten sind, wo du im normalen Spielverlauf nicht hinkommst, wo du nicht zufällig drüber stolperst, wo du teilweise für einzelne Collectibles noch Questreihen, seltene Items sammeln musst, um irgendwo was aufzuschließen oder sonst irgendwas. Auch so Sachen, die du einfach nur mit einem Guide eigentlich machst, die du definitiv, also, die du, kann mir jeder erzählen, wie er will. Du erzählst mir auch, dass du zufällig einen Aschesee in Dark Souls gefunden hast. Halt die Klappe, das ist immer noch so passiert, auch wenn du es mir nicht glauben willst. Genau, als du ganz alleine unterwegs warst. Komisch, komisch, komisch. Einsam und alleine. Ja, 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 ja. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass irgendwo auf deiner Trophäenliste irgendwas von einem Aschesee stand, den du suchen gegangen bist, aber egal. Ich guck jetzt grad mal nach, ich guck jetzt grad mal nach, aber ich sage nein. Jedenfalls, was ich meine ist, dass es leider viel zu oft, finde ich, so Collectibles gibt, die du im normalen Spielverlauf einfach nicht erleben würdest und wo du halt wirklich über Umwege herausfinden musst oder wirklich sehr, sehr große Zufälle, also wirklich krampfhaft konstruierte Zufälle, möchte ich es nennen, dass du überhaupt an diese Collectibles drankommst teilweise. Und das ist super nervig und genauso nervig finde ich, wenn man Dinge komplett verpassen kann. Bei einem Dark Souls mit NPC-Questlines und so weiter, da bin ich cool mit, weil das passt für mich so ins Setting rein. Weil diese NPC-Questlines ja zum Beispiel auch ineinander verwoben sind und wenn man beim einen voranschreitet, kann man das andere manchmal nicht mehr machen. Und die reden ja auch teilweise übereinander, die NPCs und da macht es für mich storytechnisch Sinn, dass manche Dinge dann auch verpatzt sind und nicht nachgeholt werden können. Aber es gibt halt auch so Sachen, die kann man einfach verpassen, weil man von Gebiet A nach Gebiet B wechselt und man weiß nicht, ups, ich komme gar nicht mehr nach Gebiet A zurück. Ach schade, da hast du nichts gesammelt, ja hast du leider Pech. So, das gibt es halt auch immer wieder und das ist halt einfach, finde ich, schlechtes Game Design. Das hat nichts mit Motivation zu tun, das ist einfach nur Frust und bei mir persönlich führt das dazu, dass ich dann sage, ja gut, dann habe ich das Achievement halt nicht. Juckt mich nicht. Ja, ich würde mich dann wahrscheinlich noch ein paar Mal drüber abfacken, weil ich es dann verpasst habe. Du würdest wahrscheinlich einfach nochmal neu anfangen. Ne, das nicht, das nicht, aber ähm. Guck mir tief in die Augen. Nein, würde ich nicht. Lass das. Wirf mir keine Küsse zu, das ist sehr verstörend. Oh. Ich war das nicht. Ne, aber ich würde jetzt deswegen jetzt kein neues Spiel starten. Also ich würde das schon weitermachen und dann vielleicht einen zweiten Playthrough. Ja, siehste, das meine ich ja damit, also schon den Hinblick auf das noch abschließen wollen. Ja, ja, also mehr oder weniger dann, ja, also. Ich meinte jetzt auch nicht direkt neu starten, wenn du merkst, du hast es verpasst, das meinte ich jetzt nicht. Ach so, du meinst, dass ich dann trotzdem dann nochmal ein Spiel versuche. Spielst, aber dann primär, um das noch abzuschließen, nicht um es nochmal zu spielen. Das habe ich dann meistens bei den Open-World-Spielen. Also wenn du da was verpassen kannst, wegen der Story oder so. Da bin ich ja ganz ehrlich, also generell Open-World-Spiele, das sind ja die Spiele, wo ich an 100% nicht mal denke. Habe ich gerade mit Watch Dogs hinter mir. Ja, ich denke mehr so an Open-World-Spiele wie Assassin's Creed Odyssey oder so, die halt wirklich eine fucking große Welt haben, die auch stellenweise einfach fucking leer ist. Ja. Und da hast du halt mehr Wegstrecke als alles andere, selbst mit Schnellreise. Ja, also habe ich im Minecraft aber auch schon öfters drüber gesprochen, dass Assassin's Creed Odyssey ein Spiel ist, das ich gerne mögen würde, wenn es nicht ganz so leer wäre. Ja, es ist halt, das ist jetzt auch wieder so ein Manker, das ist halt übertrieben groß. Also das ist halt nicht mehr schön, wobei es schön aussieht, aber. Es ist schön, aber es ist nicht mehr schön. Ja, es ist optisch schön, aber spielerisch ist es nicht mehr schön. Was die Weltgröße angeht zumindest. Ja, genau. So vom Gameplay her war es cool, war okay. War auf jeden Fall eine nette Verbesserung, also Verfeinerung gegenüber Origins. Bei Origins bin ich auch irgendwie nicht reingekommen. Da habe ich bis zur ersten Ortschaft oder so nach dem Tutorial gespielt, habe so ein bisschen Nebenmissionen angefangen, aber irgendwie war da was ganz merkwürdig. Irgendwas war da am Kämpfen komisch, was sie bei Odyssey optimiert hatten und da bin ich direkt mit warm geworden und das fand ich halt ganz cool. Also jetzt so rückblinkend betrachtet fand ich aber Origins war das bessere Spiel, aber aufgrund der Größe, weil das Spiel war groß, aber es war okay groß. Es war nicht so, wir wollen jetzt das größte Open World Spiel machen wie bei Odyssey. Ich glaube Valhalla ist sogar noch größer. Ja, Valhalla ist aber auch so vom durch die Welt navigieren irgendwie auch, weiß nicht, macht mir keinen Spaß. Das war für mich auch der Faktor, warum ich es an die Seite gelegt habe. Also ich wollte es jetzt mal anfangen, aber als ich dann gelesen habe, wie groß das ist und natürlich habe ich auch wegen dem Trophäen geguckt, wie lange man dafür braucht. Das sind zwei, also das sind, natürlich, das interessiert mich dann auch, das sind 200 Stunden, die du da reinpumpen musst. Wenn alles gut läuft. Ja, und der Grind ist da real und da habe ich eigentlich so gesagt, ich habe jetzt die Zeit dafür nicht, ich kann mir das jetzt gerade einfach nicht leisten. Dann will ich mir lieber doch mein No More Heroes 3 für die Switch holen und damit meine 15 Stunden Spaß haben, anstatt jetzt da 200 Stunden für eine fucking Platin zu grinden. Ja, man merkt, ich bin fast schon ein bisschen enttäuscht, du wirst ein bisschen Platin müde. Ja, jetzt ist da so die Zeit, wo ich da echt jetzt mal ein bisschen eher gucke, wo ich, was ich platiniere und was er nicht. Neulich habe ich jetzt zum Beispiel Avenco ich gespielt und das habe ich nicht platiniert, weil mir das Spiel halt im Endeffekt nicht, das, also es hat mir halt nichts so gegeben. Ich habe die Story durchgespielt, war nett, aber das war jetzt keine Motivation mehr, dann jetzt noch eine Platin zu holen tatsächlich. Ist es für dich vielleicht manchmal auch so ein bisschen Prestige in manchen Spielen eine Platin Trophäe zu haben, zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, also ich sage mal, wenn man sich jetzt über, also darüber unterhält, was habe ich 100% und was nicht, macht ein Dark Souls zum Beispiel mehr her, aufgrund der Spielschwierigkeit und der Komplexität, als zum Beispiel einen, keine Ahnung, Mario Odyssey, jetzt als Beispiel. Also man, diese Spiele sind dann ja auch etwas berüchtigt dafür, dass sie halt etwas schwerer sind. Und dass die meisten schon im Tutorial aufgeben. Genau, da ist auch ein gutes Beispiel Crash Bandicoot tatsächlich, das habe ich ja halt auch platiniert. Der Bandencode. Genau, und das erste Spiel ist ja auch berühmt berüchtigt, wahnsinnig schwer zu sein. Es war auch wahnsinnig schwer, aber es war auch eine Herausforderung, die mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich muss zu meiner Schande gestehen, Crash Bandicoot habe ich als kleines Kind im Herkules-Supermarkt an der dort aufgestellten Konsole im Schuhgeschäft gespielt. Mal kurz, aber seitdem nie wieder. Also Crash Bandicoot bin ich halt komplett raus. Es ist halt ein sehr schlauchiges und sehr intensives Jump'n'Run, kann man sagen. Also da sind halt gute Reflexe gefordert. Und wenn du nur einen Fehler machst, bestraft dich das Spiel wie bei Dark Souls. Da musst du halt wirklich konzentriert bei der Sache bleiben. Und es hat auch, also diese Herausforderung, die Platin zu schaffen, hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht bei diesem Spiel. Also ich habe ja, wie gesagt. Ich habe auch, ich muss jetzt auch sagen, das ist ein bisschen peinlich, als ich dann das letzte Relikt für das Time-Try habe, also du musst halt das Spiel dann durchrennen, ohne zu sterben. Und die Levels gegen Ende sind halt brutal schwer, vor allem die zwei Brücken-Levels. Ja, wer kennt sie nicht, ne? Also die Brücken-Levels, die sind schon, ich habe keine Ahnung. Ja, guck dir mal Videos an, das ist echt der Wahnsinn. Und als ich dann das letzte Level geschafft habe, habe ich meinen Fernseher angeschrien und habe ihm entgegengeschrien, wo ist dein Gott jetzt? Okay. Ich war einfach da so übermotiviert und ich dachte, boah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt muss das einfach raus. Jetzt stelle man sich vor, wie der Patrick abends oder spät nachts in seiner Single-Wohnung sitzt, ganz allein und Fenster ist vielleicht noch auf, um ein bisschen Luft rauszulassen irgendwie und dann die Nachbarn plötzlich, wo ist dein Gott jetzt? Das war schon geil. Und dann habe ich das selber einfach nur für die Switch gemacht, obwohl es da keine Achievements gab. Aber es hat mir einfach mega Spaß gemacht. Ja, jedem sein Ding. Ja, aber ich würde schon sagen, dass wenn du schwerere Spiele hast, dass du auf jeden Fall, dass das halt schon so ein bisschen feiner in deiner Liste aussieht. Da verstehe ich es tatsächlich auch ein bisschen mehr. Also da verstehe ich auch so diesen Enthusiasmus zu sagen, so, das habe ich gepackt. Dem Spiel habe ich es gezeigt. In your face. Das hat man schön gehört. Ja, I'm your master. Biatch. Das kann ich nachvollziehen. Aber es gibt halt, also für mich persönlich gibt es ganz viele Spiele, wo es mich nicht mal juckt, ob Achievements drin sind oder nicht. Es gibt für mich auch Spiele, die eher gemacht sind für Achievements. Zum Beispiel so ein MMO, finde ich. Da, wo man generell viel Zeit verbringt und viele verschiedene Dinge auch erlebt im Spiel. Dann kommt es halt irgendwann mit der Zeit, aber dann halt eben auch mit der Zeit. Das sollte man halt nicht erzwingen, weil sonst geht der Spielspaß. Ja, also gerade bei MMOs finde ich es zum Beispiel auch sehr schön, mal so rückläufig nachzuholen, bestimmte Erfolge, bestimmte Instanzbosse auf bestimmten Schwierigkeitsgraden, auf bestimmten Arten und Weisen zu töten oder das auch direkt zu versuchen und das ist schon ganz cool. Jetzt bei Elder Scrolls Online, was ich im Moment ja aktiv spiele, gibt es dann auch auf den Veteranen Dungeons, was quasi so diese Max-Level-schwierigere Schwierigkeitsstufe für dieselben Dungeons ist, gibt es dann auch den sogenannten Hard-Mode. Beim Endgegner, wo du den quasi aktivieren kannst und bestimmte Voraussetzungen hast, zum Beispiel die Ads von einem Boss nicht mittöten, sondern die irgendwo rumzukiten und währenddessen den Boss zu töten, ohne eins von diesen Ads zu töten. Die werden aber immer mehr und es wird immer schwieriger, die zu halten und so. Also es ist eine coole Herausforderung, einfach das zeigt dann, dass du den Boss in dieser Fassung gekillt hast. Genau, und dass man halt auch verstanden hat, wie die Spielmechaniken funktionieren und die auch handeln kann. Das mag ich, also in so MMOs mag ich das tatsächlich relativ gerne. Da jage ich jetzt zwar nicht hinterher, aber ich gucke schon mal hier und da, wo kann ich was mitnehmen, wo ich so ein bisschen sagen kann, das habe ich geschafft, das finde ich schon ganz nett. Was ich persönlich dann als müde, müder Trophäeniger echt schrecklich finde, ist diese Autorun-Platins. Also es gibt, ja, also Autorun, also quasi, dass du eine Platin innerhalb von zehn Minuten hast. Es gibt also mehr so kleinere Spiele, die halt drauf ausgelegt sind, dass du die machst und dann hast du schon nach zehn Minuten deine Platin. Achso, ja, das gibt es auch. Sowas wie My Name is Mario zum Beispiel. Das gibt es auf Steam auch. Oh Gott, wie heißt denn das ganze Beispiel? Slide gibt es da noch, das ist halt so ein Schiebepuzzle. Es gibt davon 50 Stück, du musst das erste schaffen und du ploppten zwölf Trophäen auf plus Platin und fertig. Ja, sowas habe ich auf Steam auch mal gesehen und das zielt ja im Prinzip darauf ab, dass du in deinem Gesamtprofil mehr Platin-Trophäen hast oder mehr 100%-Sachen oder mehr Achievements allgemein wie auch immer. Einfach für den Zähler. Genau, und das kann ich zum Beispiel auf dem Tod nicht ausstehen, sowas mag ich gar nicht. Ja, das relativiert ja auch deine harte Arbeit in anderen Spielen dann. Wenn dann jemand herkommt, weißt du, so wie ich, der dann plötzlich so 596 Punkte hat und das nur mit solchen Spielen gemacht hat und du ackerst dir da mühsam deine 422 zusammen durch hartes Grinding und Aufwerten und Suchen und Machen. Genau, so da ist halt mehr Arbeit oder man kann auch Liebe sagen investiert und vor allem Lebenszeit. Und dann kommt einer da mit hin und dann macht pop, 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 pop. Schickt kurz mal zwei Puzzleteile hin und her, zack. Ja, genau. Das finde ich schon sehr scheiße einfach. Ja, aber allein deswegen lege ich halt nicht so viel Wert drauf, weil es ist halt letzten Endes so ein Vergleich. Ich glaube, ich kann gut damit leben, wenn ich gucke, was ist für mich interessant und steht es für mich im Verhältnis zum Spielspaß und zu meiner Lebenszeit. Ich glaube, das ist für mich immer so ein ganz gutes Dreieck, wo ich gucken muss, wie ist da die Balance. Und wenn die stimmt, dann sage ich, ja, vielleicht mal gucken oder ich mache es ganz gerne mal. Und ansonsten sage ich, fick dich Dreieck raus aus dem Fenster mit dir. Genau. Also ich habe jetzt für mich gelernt, also damals zu Beginn des Trophäenjagens habe ich gesagt, ich nehme alles so gut, das geht auf 100 Prozent mit. Heute bin ich, also oder beziehungsweise seit wenigen Wochen bin ich jetzt eher so drauf gepolt, so, ich nehme das mit, worauf ich Bock habe, wenn mir, und ich würde es, ich nehme es auch mit, wenn mir das Spiel bockt. Also ich bin sehr erschrocken. Ich bin sehr erschrocken. Du wirkst gerade echt wie jemand, der auf Entzug ist, aber es scheint dir noch gut zu gehen. Noch ja. Noch ja, ich sehe auch noch keinen Zittern. Also, also bis, also morgen, wenn ich dann zu Hause bin, siehst du drei neue Platins auf meiner Arme. Ich checke heute und checke morgen Abend nochmal. Nee, also, ich habe ja jetzt auch nicht so viel Zeit wie früher, deswegen muss man da schon ein bisschen selektieren. Aber nichtsdestotrotz muss ich trotzdem sagen, dass mir das Trophäenjagen immer noch sehr viel Spaß bereitet. Das Griden halt eher nicht, also eher weniger, aber ich nehme es trotzdem dann, wenn es jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, auch gerne mit. Ja, schauen wir mal, wann du rückfällig wirst. Ich werde auf jeden Fall berichten, ihr Lieben. Wie gesagt, drei Platins mehr morgen. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Meine Freunde, ihr draußen, ihr Nerds, ihr da draußen, ihr, wir hier drin, wie auch immer, ich bin durcheinander, ich bin verwirrt. Es wird Zeit, die heutige Folge zu beenden. Das war's, ihr Lieben. Das war eure Dosis Mindcast für heute. Sendet uns gerne Feedback über mindcast-podcast.de, Instagram oder über den Discord-Server. Und ich würde sagen, lebt lang und in Frieden. Tschüss. Das war's, ihr Lieben. Das war's, ihr Lieben. Das war's, ihr Lieben. Das war's.